Die Gesamthochschule war eine universitäre Hochschulform, die Merkmale von Universitäten und Fachhochschulen miteinander verbannt. Sie ermöglichte ein Hochschulstudium in bestimmten sogenannten integrierten Studiengängen, sowohl mit Fachhochschulreife als auch mit allgemeiner, fachgebundener Hochschulreife. In einigen dieser integrierten Studiengänge konnten verschiedene Diplome erworben werden. Das Diplom I als Abschluss eines wissenschaftlichen Kurzzeitstudiums sowie das Diplom II, das dem herkömmlichen Universitätsdiplom entsprach. Zusätzlich wurden reine Fachhochschulestudiengänge angeboten. Geschichte Pläne zum Aufbau von Gesamthochschulen wurden seit Mitte der 1960er Jahre in mehreren Bundesländern diskutiert, unter anderem in Baden-Württemberg und Berlin. Die erste Gesamthochschule entstand jedoch 1971 unter dem hessischen Kultusminister Ludwig von Friedheburg in Kassel. Ein Jahr später, am 1. September 1972, wurden in Nordrhein-Westfalen als praktisches Reformmodell zeitgleich fünf Gesamthochschulen in Duisburg-Essen, Paderborn, Siegen und Wuppertal gegründet, außerdem die Fernuniversität Gesamthochschule Hagen. Dieses integrative Modell verfolgte mehrere Ziele, die Überwindung unterschiedlicher Zugangsvoraussetzungen, das erklärte bildungs- und sozialpolitische Ziel der damaligen Landesregierung und, sicherlich Hauptmotivation zur Entscheidung für dieses Modell, den einheitlichen organisatorischen Zusammenschluss von Universitäten, Fachhochschulen und pädagogische Hochschulen, die Schaffung von integrativ auf Fachbereiche ausgerichteten Grundeinheiten für Forschung und Lehre alternativ zu den anderswo studiengangsbezogenen Strukturen, die Zusammenführung des wissenschaftlichen Personals zu einer funktionalen Einheit, in Nordrhein-Westfalen führten ab 1. Januar 1980 die Gesamthochschulen durch das Gesetz über die wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen vom 20. November 1979 die Bezeichnung Universität Gesamthochschule. Zum 1. Januar 2003 wurden die Universität Gesamthochschulen in Nordrhein-Westfalen auf Vorschlag eines Expertenrates in Universitäten umgewandelt. Die Hochschulart Gesamthochschule wurde aufgegeben, da sich das Modell aus spezifischen in der Struktur der Gesamthochschulen liegenden Gründen nicht bewährt habe. Studienmodelle und Brückenkurse Beim Y-Modell, das vor allem an den nordrhein-westfälischen Gesamthochschulen praktiziert wurde, absolvierten zunächst alle Studenten ein gemeinsames Grundstudium. Im Hauptstudium konnten sich die Studenten dann für das Diplome oder 2 entscheiden. Studenten mit Fachhochschulreife mussten bis zum Vordiplom sogenannte Brückenkurse absolviert haben, mit der die fachgebundene Hochschulreife erworben wurde, wenn sie sich für das Diplom 2 entschieden hatten. An der Gesamthochschule Kassel studierten hingegen alle Studenten zunächst bis zum Diplomiabschluss. Damit erwarben die Studierenden mit Fachhochschulreife die allgemeine Hochschulreife. Danach wechselten sie in den Beruf oder absolvierten auf das Diplomi aufbauend auch noch das Diplom-E-Studium. Bei diesem Modell, welches in einigen Studiengängen an nordrhein-westfälischen Gesamthochschulen praktiziert wurde, erwarben alle Studenten das Diplom. Zwei Studenten mit Fachhochschulreife mussten zuvor bis zum Vordiplom einige Brückenkurse absolvieren. Zusammen mit dem Vordiplom erwarben sie damit die fachgebundene Hochschulreife, mit dem Diplomi die allgemeine Hochschulreife. Von diesem Modell gab es im Fachbereich 5 Wirtschaftswissenschaft Rechtswissenschaft der Gesamthochschule Duisburg eine Ausnahme. Bei Gründung der GHS Duisburg zum 1. September 1972 wurde neben einigen anderen Ausbildungseinrichtungen die Fachhochschule für Wirtschaft Duisburg in die GHS Duisburg integriert. An dieser FHS konnte auch studieren, wer neben der mittleren Reife eine kaufmännische Lehre abgeschlossen hatte und mindestens ein Jahr praktische Berufserfahrung absolviert hatte. Mit der Übernahme der FHS in die GHS wurden die Studenten und die Studienbewerber, die sich zum Wintersemester 1972-73 bei der FHSN gemeldet hatten, zu Studenten der GHS. Aufgrund der Initiative des Gründungsdekans konnte beim Wissenschaftsministerium in Düsseldorf durchgesetzt werden, dass auch Studenten der GHS nur mit einem Zeugnis der Fachhochschulreife das weitere Studium bis zum Diplom-Ökonom ohne Brückenkurse absolvieren konnten. Gesamthochschulen in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, seit dem 1. Januar 2003 sind alle Gesamthochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen per Gesetz ausschließliche Universitäten. Bereits ein Jahr zuvor sind die letzten Fachhochschulestandorte ausgegliedert und mit anwendungsorientierten Fachhochschulen zusammengeführt worden. Die Immatrikulation mit Fachhochschulreife war an den betreffenden Universitäten noch bis zum Wintersemester 2005-2006 möglich. Seit 2003 können alle Universitäten in Nordrhein-Westfalen in Prüfungsordnungen Regelungen treffen. Den Zugang mit Fachhochschulreife durch Nachweis der Allgemeinbildung und der Studiengang bezogenen Eignung zu ermöglichen. Beispielsweise können an der Universität Paderborn Elektrotechnik, Maschinenbau, Informatik und anderen naturwissenschaftlich-technische Studiengänge mit Fachhochschulreife studiert werden, wenn eine Eignungsprüfung vor dem Studium bestanden wird. Folgende nordrhein-westfälische Gesamthochschulen wurden in Universitäten überführt. Universität Wuppertal, sowie folgende Standorte in Fachhochschulen. Standorte Soest und Meschede der Universität Gesamthochschule Paderborn in die Fachhochschule Südwestfalen. In Hessen, Universität Kassel. In Bayern konnte sich aus politischen Gründen die Gesamthochschule nicht durchsetzen. Gleichwohl bieten verschiedene Universitäten in Bayern auch Fachhochschule-Diplom-Studiengänge an. Durch das Bestehen der Vordiplom-Prüfung wird eine fachgebundene Hochschulreife erworben. Mit dem Fachhochschule-Diplom wird die allgemeine Hochschulreife erworben. Solche faktischen Gesamthochschulen sind unter anderem Universität Bamberg, Zukunft. Da Studenten mit Fachhochschulreife einen Großteil der Studenten einiger Fachbereiche der ehemaligen Gesamthochschulen bilden, sind Regelungen für grundsätzlich alle Universitäten in Nordrhein-Westfalen getroffen, die diesen Studenten auch in Zukunft ein Universitätsstudium erlauben. Dies geschieht beispielsweise in Bachelorstudiengängen mit einer zusätzlichen Eignungsfeststellung zu Studienbeginn. Diese sieht vor, dass der zukünftige Student ohne Abitur sowohl eine angemessene Allgemeinbildung, als auch eine fachspezifische Eignung besitzen soll. Es liegt jedoch im Ermessen der Fachbereiche der Universitäten, wie diese Eignungsfeststellungen konkret ausgestaltet werden, bzw. ob dies an dem betreffenden Fachbereich überhaupt möglich ist. Siehe auch, Kasseler Modell.